oder war es richtig doch es war richtig hier können wir mal eben killen gehen bin doch schwach, ahaha gut das muss ich gerade killen jetzt zieh dich alle prägt doch mal meine Herren hier nerven mich ein bisschen die haben mal fünf Punkte gegen die 90 was und wo sind wir jetzt hin wenn ich hier nicht ja Punkt genau richtig hier will ich hin so ja die Leute so erleben noch ein paar mehr Kämpfe oh ist das toll, oh ist das super, oh ist das geil ja, naja, kein zu grenzen ja und neue Gegner yeah und wieder das Ganze noch einmal weil es so spaßig war okay mal eben das Geld ansagen, obwohl ich brauche kein Geld hier naja, gut was willst du verrecke wird ja gar nicht schön auch wieder so ein Scheiß Brutus Brutus, leg dich nicht mit mir an was ist das, ich will dich haben das ist ja ein Probierstein, sehr schön eigentlich will ich das Spiel eigentlich heute beenden, Leute ich weiß noch nicht, ob das klappen wird ich hoff's ja, ich will spenden ey übrigens meine Freundin hat sich ziemlich aufgeregt, dass ich jetzt die ganzen Gegner hier obwohl ich sie nicht kenne, alle beim ersten Versuch mache sie die, äh ah, trotz Kopf, genau was denn trotz Kopf, ah, trotz Kopf, ich kenne trotz Kopf, ja, ich erinnere mich, trotz Kopf ja, verzieht euch, ich hab's gar keine Lust soll, zu gehen wir hier zum Liftschacht da war die Tür, die wir eben nicht gesehen haben, liebe Leute und jetzt kommt trotzdem noch Gegner, na ganz groß na komm, korrekt ne, nicht zum RK, das Schlote, genau so war das Donald, Jackpot lernt, sehr schön den Moment mal, Jackpot ist gar nicht das, was ich will, oder? Moment Jackpot will ich doch gar nicht ich will Jackpot doch gar nicht ich will dieses scheiß Glückspilz Moment mal eben, Leute ok, Donald läuft Gl- äh, lernt Glückspilz, leider Donald lernt Glückspilz erst mit Level 55 und Sora mit Level 69 super oh, Kapelle, ja, hier sind wir richtig, immerhin ah, scheiße so, ja, hier sind wir punktgenaurichtig, ach, hier sind die ganzen Prozesse na, hallo Jasmin Sora, bitte beeiligst du, Dunkelheit ergießt sich aus dem Schüsselloch mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können ok, bin schon unterwegs wir zählen auf dich, meister Schlüssel, inzwischen werden wir auch etwas tun, was wir können aha, gut kann ich, krieg ich noch was von euch, oder so muss das nicht, bevor es zu spät ist, aha wollen wir mit dir, kurz nur was sagen aha ich will Wietke haben was ist mit euch beiden wir haben auf dich gewartet, meinte der Schlüsselschwert wo ist Ansem er ist weg als das Schüsselloch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm heraus hier verschlang Ansem und fort war er obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende wir versuchen gemeinsam zurückzuhalten ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen als ihn die Dunkelheit verschlang, lächelte er ich würde gar nicht das Scheiß lernen hier ich glaub nicht, dass Ansem ihr zurückkehrt, na, schön, freichern ok los geht's haben alle Pots nein ok auf geht's Leute zum sechst Lichterraum ja, vorher nochmal toll kämpfen keine Herausforderung mehr obwohl der mir gerade Danke gerne schön zugesetzt hat sechst nicht da, also, da sind wir hier finden wir den letzten drei Tag, Martina unwahrscheinlich kommt jetzt eine Katzin also, erwarte ich eigentlich eine Katzin nicht ok, keine Katzin hier kommen wahrscheinlich mehrere Gegner hier kommen wahrscheinlich mehrere Gegner na komm Ballye ist weg wir laufen einfach wir laufen einfach na komm aber ok ok wir laufen aber weiter wir laufen aber weiter was ist denn jetzt was kommt denn und oh nein was, wie viele HP-Balken hat der? ja ok bis jetzt hab ich noch nichts gegen den Gegner jetzt schon gut gut, dass ich gerade noch ausgerüstet habe aufpassen ich weiß nicht, was er da tun will aufpassen wie gesagt, noch finde ich den nicht schwer ich weiß nicht, was es sein soll ach Arschloch ich heile mich mal vor sich halber ich muss mich darauf kommen und so komme ich darauf ich sehe nix Hi Hi Großer aber hoch mit dir wow, 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 wow nicht runterschubsen ne, runterschubsen komm ah wieder oben, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch geht doch toll, scheiße, runter komm aber ich finde den nicht so wirklich schwer ich weiß nicht, was er sein soll aber wie gesagt, ich heile mich immer lieber vorsichtshalber schnell ich glaube, der geht immer näher in das Schüsselding da ran, oder? ich glaube, wir müssen den aufhalten, bevor er da ist okay okay, haben wir geschafft, glaube ich ich habe keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat Omega Trot Omega Trot erhalten ah, das ist das Schlüsselloch jetzt lasst uns das große Schlüsselloch versiegeln Sora, du hast es geschafft Hä? wie? das war Leons Stimme Was macht ihr denn hier? wir sind mit Sits Schiff gekommen hier haben wir als Kinder gelebt wir wollten es einmal wiedersehen der Zustand ist schlimmer als ich dachte es war früher so friedlich hier keine Angst wenn wir Ansemme siegen wird alles wieder so wie früher auch deine Insel wirklich? aber das bedeutet auch Abschied nehmen wenn die Welten wieder hergestellt sind werden sie wieder voneinander getrennt sein jeder kehrt dann wieder dahin zurück wo er her kam dann besuche ich euch mit dem Gummijet, Leute so einfach ist das nicht du hast vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder? weil die Welten voneinander getrennt waren